Ich glaube, ich bin schwanger. Willst du, dass wir heiraten? Juan, liebst du mich? Ach, jetzt fang nicht wieder an, mich zu werfen. Du würdest eine Frau heiraten, die du nicht liebst? Für wen hältst du dich? Wenn du Arbeit suchst, dann kann ich dir vielleicht was besorgen. Der Job hat mit Reisen zu tun. Mit Reisen? Du kannst als Kurier arbeiten. Wie viel Transporter hast du schon gemacht? Zwei. Und wie ist es gelaufen? Ich bin hier. Sollte von dem, was du transportierst, unterwegs etwas verloren gehen, gehen wir zu dir nach Hause und sprechen mit deiner Großmutter, deiner Mama, deiner Schwester. Verstanden? Excuse me, kann ich den Passport, den Tag und den Tag und den Tag und den Tag und den Tag, bitte? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020